Ah, Bruce, seit wir in Florenz sind, sitzen wir ständig in Cafés rum und warten darauf, dass Alfred zufällig reinspaziert. Hör zu, Selina, ich weiß, dass Alfred hier immer in ein bestimmtes Café geht. Ich weiß nur nicht, in welches. Kannst ihm nicht eine E-Mail schreiben, dass du lebst? Das ist heute schon mein fünfter Espresso. Ich scheiß mir gleich voll in die Hose. Selina, wieso bleibst du nicht einmal cool, okay? Das könnte ein echter Gänsehaut-Moment werden. Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, halt die Klappe, er ist da! Also bleib cool. Das war's? Uah, ich hab's dir gesagt! Verdammt noch mal, Selina! Ey, ist das der Bruce Wayne? Er ist am Leben! Scheiße, verdammt! Oh Gott! See you next week!